meine freunde willkommen zurück zu akinator letztes mal habe ich beziehungsweise gestern die ersten fünf fragen gestellt bezüglich meiner neuen person es geht heute wieder los so wir müssen allerdings die fragen noch mal neu machen ist deine figur weiblich ja das war sie ja wurde deine figuren durch youtube berühmt nein wurde sie nicht kommt eine figur aus deutschland nein lebt eine figur wirklich hier ist eine figur im musikbereich tätig nein frage 6 ist eine figur älter als 30 lebt eine figur in amerika hat eine figur blondes haar und spielt eine figur in einem kinofilm existiert eine figur wirklich ist die letzte frage heute ich hoffe ihr habt jetzt ungefähr eine ahnung es ist auf jeden fall eine schauspielerin und hat blondes haar und über 30 zur not spurt ihr nochmal zurück und guckt euch nochmal ganz genau die fragen an ich bin gespannt auf eure vorschläge es wird schwierig ja schwieriger als das erste mal auf jeden fall aber ich denke mal ihr schafft das also fleißig kommentare schreiben und dieses eine thema da mit ein versuch nur zählt nicht mehr ihr könnt so oft schreiben wie ihr wollt aber allerdings immer neuen kommentar schreiben nicht ihr eure kommentare selbst kommentieren gut ich bin gespannt auf eure vorschläge dann kommt morgen entweder die auflösung falls es einer red und wenn nicht dann kommen morgen die weiteren fragen ich weiß nicht ob es wieder fünf werden weil ich glaube dann wird akinato es höchstwahrscheinlich erraten deswegen müssen wir noch mal ganz genau überlegen wie fragen wir dann machen so ja gut dann bis morgen eventuell doch morgen schon aber ihr werdet halt sehen ob sie mal da red oder es weitere fragen gibt ich wünsche euch viel glück und bleibt gesund zu riesigen und nebenwirkungen auf diesem kanal lesen sie die video beschreibung und fragen sie jopik oder cortana